Dann nehmen wir ihn doch einfach mal mit. Er ist kaputt. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber daraus basteln. Zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen. Keine Ahnung! Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Oder wir versuchen einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Wie wäre es, wenn wir die ganze Sache mit den Hubschraubern vergessen? Diese Ätna ist ein zäher Brocken, Hulgur. Das ist Dr. Marcelles Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Zehn Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Pah! Niemand wird ihr glauben! Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Oh je. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater, ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja. Dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Also so wie das geklungen hat, hat es echt faul geklungen. Ja. Wer würde schon einer Irren glauben? Selbst... Das hört sich schon verdächtig an. Ansehen. Ne. Dann gehen wir einfach rein. Geht dann wieder durchs Rohr. Wo führt es uns hin? Ins Nirgendwo. Zu einem Gitter. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Ja, ein Gitter. Zu. War ja klar. Ja, wäre auch zu einfach gewesen, wenn es offen wäre. Hilfe! Ich werde hier festgehalten! Wo sind all die Helfer und Helfershelfer? Helfershelfer? Die Gitter und aufdringlich polierter Rüstung. Wo sind all die lästigen Gutmänner? Menschen, wenn man sie braucht. Lästige Gutmenschen. Wirf einfach Harvey dagegen. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind das Frottee. Frottee. Haben wir es nicht schon mal? Freiheit. Freiheit! Oder auch nicht, nein. Wir können es ja wie mit den Fußnägeln versuchen. Ja, als ob das funktioniert. Oder seht ihr irgendwelche Schrauben? Ja, das wäre eine gute Idee. Leider sind die Schrauben außen und ich komme nicht dran. Ja, aber warum sollten wir von außen das Ding aufmachen? Um auszubrechen? Ja, wir doch sowieso dann schon draußen sind. Versteht ihr, was ich meine? Lange Ladezeiten so lang. Wir sind weg. Ja, innerhalb von wenigen Sekunden. Hallo! Psst! Was tust du? Willst du uns verraten? Wieso? Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Sie selbst. Ja, niemand da. Aber vielleicht kommen sie jetzt wieder zurück. Wer weiß das schon? Ja, gerade in diesem Augenblick. Ja, fest. Aber hey, Gitter plus Fußnägel. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Langsam werde ich richtig gut darin. Definitiv. Definitiv. Oha. Gibt es auch wieder vieles zu gucken. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Dann guck ihn dir an. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Mörder. Mörder gefasst. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mathis Conrad den Behörden. Obwohl er sein Vergehen, dem Mord an einem achtjährigen Kind, dessen Name zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe, in diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die in der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt, überantwortet wird. Nicht Raucher ein Streichelzoo, fanist. Kannst du es mitnehmen? Nö. Können wir nur hier raus. Dann geh wieder raus. 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 Dieses infame Lügengewirr kommt nicht in mein Inventar. Lügengewirr. Ja, sowas wollen wir gar nicht bei uns haben. Mit Lügnern rede ich nicht. Ohohoho. Das klingt fies. Ist es auch. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Oha. Und das wird schon was heißen. Ich möchte das Foto nicht mitschleppen. Lass mich rein, du willst auch nicht mit dem Foto reden? Du bist ziemlich hässlich mit deinem Gegrinse. Na und? Ich habe Bonbons bekommen. Und ein Fahrrad. Und einen Drachen. Und einen echten Piratenhut. Ach, sei doch still. Sagst du eigentlich zu allen drei Fotos das gleiche? Ein lernender Junge und... Bin das etwa ich? Komisch. Ich bin nur zur Hälfte drauf. Sie wurde rausgeschnitten. zur Hälfte wie es uns. Ich will kein Foto mitnehmen, auf dem ich unglücklich aussehe. Oh. Hallo, junge Edna auf dem Bild. Ich kann nicht sprechen. Ah, Edna kann nicht sprechen. Sie ist nur halb auf dem Foto. Aber sie schreibt sowieso nur ab. Edna, Edna, Edna. Sag still, du Nervsäck. Sehr interessante Konversation, Harvey. Und das dritte Foto? Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Glaubst du also? Ich muss Bild nehmen. Ich muss Bild nehmen. Ich muss Bild nehmen. Nein! Ich kann nicht. Aus tiefster Seele weiß ich, dass ich es nicht will. Bild böse. Hallo, Junge auf dem Bild. Hallo, hallo, Edna, Edna. Sieh mal, ich spiele, ich spiele. Du hast Hauserest. Du kannst nicht mitspielen. Nein, bitte nicht. Hör auf. Ja, sei noch ein bisschen lauter und da kommen vielleicht ein paar der Pfleger hier rein, um zu gucken, wo der Lärm herkommt. Definitiv. Ein Lexikon. Wow, du bist so schlau. Ähm, du... Lexikon? Richtig. Hallo, Lexikon. Klugscheißer. Oh, nicht besser, wisser. Egal, nehmen wir mit. Wörterbuch können wir immer gebrauchen oder auch Lexikon. Ja, Lexikon. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Ja, ich weiß. Es sieht aus wie ein Plastikkamin mit Elektrofeuer. Aber er ist wirklich aus Stein und fest in der Wand eingebaut. Ja, Kamin, Feuer. Das ist ja nämlich wieder ein Little Inferno. Kamin an. Feuer 36 Grad Celsius. Kleines Flackern. Ihre Anfrage befindet sich außerhalb normaler Parameter. Captain, anscheinend ist die Sprachaktivierung kaputt. Ja, Harvok. Das stimmt wohl. Die Sprachaktivierung ist nicht kaputt. Jemand hat auf diese verdammte Caps-Lock-Taste gedrückt. Und vergessen, sie wieder auszuschalten. Ah, je. Poloschläger. Ein Meisterstück. Ein Meisterstück. Eure Heiligkeit. Dann nehmen Sie Ihre Heiligkeit mit. Ein Poloschläger. Meins. Meins. Alles meins. Alles mitnehmen. Ob das auffällt, wenn ja hinterher nichts mehr in diesem Raum steht. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Tontauben basteln. Hallo, ihr Kleinen. Hier ist eure Mama. Oh nein, Frank, ich habe wieder eine Fehrerin. Ja, Harry, es ist immer dasselbe mit Gaffern. Ja, nimm deine kleinen Schätzchen mit. Wie dunkeln so schön. Wären sie nur nicht weggeschlossen. Ja, zu schade, ne? Zu schade, dass sie alle weggeschlossen sind. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Oha. Nein, da ist kein Geheimatrisur dahinter. Geheimatrisur sind sowieso klischeehafterweise immer hinter Gemälden. Also von daher, Ätna. Du hältst dich wohl für etwas Besonderes, hm? In der Tat. Ich frage die Unterschrift eines der größten Wissenschaftlers unserer Zeit. Oha, jetzt wird Diplom wirklich hochnäsig. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Schrankophobie. Ja. Hallo? Ist da jemand drin? Nein. Beruhigend. Ja, sehr beruhigend. Angst vor Schränken. Guck nach, ob da jemand drin ist. Genau. Ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. Ja, genau. Nee, ich rufe benutzen. Das ist gar nicht die anderen. Ich brauche gerne so eine markante Unterschrift. Warte mal. Da war doch was. Was war da? Was? Also, an alles kann ich mich auch nicht erinnern. Ja. Check, du hast vergessen benutzen, überall dran zu klicken. Ich bin die Nummer eins. Ja, sorry. Schimp, schimp. Du benutzt den Kamin, setzt alles in Brand, Anstalt, wird niedergebrennt. Ich habe keinen Anknopf gefunden. Kannst du kein Feuer machen mit Harville? Ja, ich benutze das Bild. Ich sehe drauf und erkenne, dass etwas drauf ist. Wenn ich es mir nur ansehen könnte. Nein, du nimmst die Fotos, legst sie in den Kamin und machst irgendwie Feuer. Da wird hier alles niederbrennen. Irgendwie kann man doch den Rahmen öffnen und meine Bildhälfte aufklappen. Oh. Es wurde abgeschnitten. In der Mitte zersägt. Jetzt hat mich ein Two-Face. Ob ich es wohl einfach runterschmeißen kann? Edna, das gehört dir doch nicht. Das Motiv ist äußerst störend. So ein Mist. Das ist festgeklebt. Hohohohoho. Ja, für den Fall der Fälle, ne? Haben sie es einfach festgeklebt? Nee, nee, nee. Schublade. Schublade. Da war sie gerade. Eine finnische Hartholzschublade mit Blattgold in Tarsien. Wo siehst du denn sowas? Das ist nur schnöde Buche. Psst. Gerade war der Spieler beeindruckt. Ja, ich muss echt sagen, für eine Sekunde war ich beeindruckt. Aber nur, weil ich mich gefragt habe, woher weißt du das? Dass es Dune die Holzart ist. Edna, du bist unbelievable. Aber schön, dass Edna gerade die vierte Wand gebrochen hat, kurz. Immer diese falschen Sprüche. Nee, nee, nee. Habe ich den Schreibtisch angeklickt? Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Was? Nein, viel zu teuer. Ja, viel zu teuer. Ich wollte die Schublade. Zuerst müsste ich sie mal aufbekommen. Ja, dann benutze Schublade. Zu. Das macht mich rasend. Vor Wut? Vielleicht springt ja deine Wut über den Kamin. Und dann können wir so Feuer entzünden und alles niederbrennen. Aber ich würde sagen, wie wir hier weiter in den Raum uns... Herkunden und versuchen mal auszubrechen. Irgendwie. Dann sind wir in der nächsten Aufnahme. Es ist ja schon mal eine kleine Freie Nacht. Mal gucken, was wir hier noch so für Schabernack anstellen können. Auf Wiedersehen, y'all.